Ich hole bewusst ein kleines Stück weiter aus, damit ihr am Ende meinen Ausführungen auch nachvollziehen könnt, warum sie so sind, wie sie sind. Am 8. März haben wir hier 2020 das letzte Mal so richtig mit Zuschauern gespielt. Danach war Ratlosigkeit da. Danach haben alle ihr auch inklusive, wie es André hat ein Heldenpaket gekauft, viele andere auch, haben alle gesagt, pass auf, die können dafür nichts, wir lassen unser Geld im Verein, wir kaufen sogar noch Tickets für Spiele, die nicht stattfinden. Die Jungs haben auf Geld verzichtet, alle sind enger zusammengerutscht und haben gesagt, gut, kann keiner was dafür, wir wissen zu wenig über das Virus, wir müssen hier Gas geben, dass es irgendwie weitergeht. Dann haben wir im August unter enormem Aufwand mit Tim Bensko ein Modellprojekt hier in der Arena an den Start gebracht, wo wir gesagt haben, wir müssen Wissen sammeln, was passiert hier mit Aerosolen etc. Das ist ein Pamphlet geworden, das hat, keine Ahnung, ich gucke mal rein, paarunddreißig Seiten. Das wird im Nature Journal, in höchstrangigen Wissenschaftsjournals der Welt publiziert werden. Da steht eindeutig drin, ab Inzidenz 100 kann man die Halle aufschließen, kann man mit 25% Auslastung rein, wenn man eine FFP2-Maske aufsetzt. Da war an Impfungen, an Testen usw. noch gar nicht zu denken. Und bei Inzidenz 50 kann man bis zu 50% die Halle füllen, wenn die Lüftung gut ist, ein Hygienekonzept da ist und man eine Maske auf hat. Wir haben nachgewiesen, dass man mit dem Konzept arbeiten kann. Es hat sich niemand infiziert. Wir haben drei, vier Spiele gemacht, dann kam die zweite Welle, es wurde wieder zugemacht. Auch daran haben wir uns gehalten, haben unsere Jungs fürsorglich durch die ganze Pandemie durchgebracht. Wir haben Hand in Hand mit der Regierung gearbeitet an Aufklärungskampagnen zu den AHA-Regeln, zum Impfen. Wir haben uns selbst impfen lassen, wir haben ein Modellprojekt an den Start gebracht seit dem 1. März. Wann haben wir gegen Stuttgart gespielt, André? Das kann ich aus dem Modell. Es war irgendwie Anfang März, haben wir uns hier hinten im VIP-Raum hingesetzt mit Stadt, mit Land, mit RB, haben ein Modellprojekt zusammengeschustert, wo wir von Anfang an viel Lob bekommen haben und wo die Stadt auch gesagt hat, jawohl, das wollen wir, das geht los. Und am 1. April ist uns die dritte Welle dort reingekracht und es ging wieder nichts mit Zuschauern. Das war das ominöse Spiel gegen Erlang, deswegen komme ich auch drauf, die dann gar nicht anreißen konnten. Weil es die auch wieder mit Corona weggerubt hat. In der 1. April-Woche hat die Landesregierung die Spielregeln geändert und hat gesagt, jetzt können nur noch Städte das Ding beantragen und müssen ein Vernehmen herstellen zwischen der Fachkommission, dem Datenschutzbeauftragten, dem Sozialministerium und dem Gesundheitsamt. Daraufhin haben wir das zweite Pamphlet, was auch wieder paar und 30 Seiten hat, mit RB zusammen, was ab 1. April startklar war, nochmal, wo es bitter war, dass wir nicht anfangen konnten, aber im Nachgang nachvollziehbar, weil einfach die nächste Welle gerollt kam und die Situation mit steigenden Zahlen es nicht zugelassen hat. Haben wir eingereicht, das hat Lob gekriegt an allen Stellen. Wir kriegen aus dem Kabinett, wir kriegen aus dem Rathaus, überall zu erfahren, jawohl, ihr könnt loslegen. Die Fachkommission hat gesagt, ihr könnt loslegen. Und wegen ein paar weniger juristischer Winkelzüge liegt bis heute, 18. Mai, 15.30 Uhr, kein Einvernehmen vor, dass wir mit diesem Modellprojekt an den Start gehen können. Wohlgemerkt, wir haben Inzidenz 50 in Leipzig. Wir bewegen uns auf unter 50 zu und wir könnten laut der Restart-Studie auch ohne Tests, ohne Impfung, ohne den ganzen digitalen Aufwand und so weiter starten. Wir können aber nicht. Jetzt haben wir eine sächsische Corona-Schutzverordnung, die habe ich auch nochmal mitgebracht, könnt ihr euch raussuchen. Die hat auch wieder 30 Seiten und ich frage mich, hier steht Paragraf 18 drin, der Regel Zuschauer für Kulturstätten, Konzertveranstaltungsorte und ähnliche Einrichtungen für Publikum sind erlaubt unter Inzidenz 100, die darf ich öffnen. Es gibt in Paragraf 19 Sport- und Fitnessstudios, da ist zu Zuschauern gar nichts geregelt. Da steht nur drin, Sport mit Zuschauern geht nicht oder Sport geht nicht. Bedeutet, ist ein Modellprojekt, wofür wir uns seit Wochen, eigentlich seit zweieinhalb Monaten, hier wundarbeiten, wo wir mit einer Studie im August die Basics gelegt haben, wo die Wissenschaft sagt, ist es mit der Inzidenz, die aktuell herrscht, völlig, völlig ungefährlich. Es ist sicher, wo es mit Impfen, wo es mit Schnelltests, doppelten und dreifachen Boten gibt, traut sich niemand, Ja zu sagen. Eine Partei schiebt zur anderen und jeder erfindet noch irgendeine Scheiße, warum es am Ende nicht funktioniert. Und das Ende vom Lied ist, dass ich Marco am Donnerstag hier unten hinsetzen könnte mit einer Gitarre und könnte kroatische Volksmusik-Lieder spielen vor 2000 Zuschauern, aber dass die Jungs, die seit einem Jahr hier kenne oder viel weniger Kohle kassieren, dass die Imbissfrau, dass der Aufbauhelfer, dass der Wachdienst, die seit einem Jahr Kurzarbeit machen und nichts machen dürfen, dass die nicht arbeiten dürfen, weil niemand den Mut und auch den Sachverstand hat, sinnvolle Lösungen zu erarbeiten, die hier drin stehen, darf ich Handball vor 1000 Zuschauern getestet, geimpft, mit Mundschutz, mit Abstand aktuell nicht veranstalten. Das war gerade der letzte Anruf, der nochmal reinkam. Nein, Sportstätten sind damit nicht gemeint. Ich sage, warum nicht? Hier finden zwei Drittel Konzerte in diesem Haus statt. Es ist doch scheißegal, ob hier unten ein Konzert stattfindet oder Handball gespielt wird, mit PCR-getesteten Sportlern. Weil die es verdient haben, weil es die Menschen verdient haben, dass sie hier wieder rein dürfen in diese Halle. Konzerthalle, Sporthalle, scheißegal. Das ist eine überdachte Fläche mit guter Belüftung, wo wir jeden zweiten Sitz abkotteln können und so weiter. Wir prüfen es gerade rechtlich. Morgen früh werden wir uns dazu nochmal äußern, was damit genau gemeint ist und ob wir es nicht einfach machen, weil wir denken, dass es stattfinden kann und wir alle Dauerkarteninhaber informieren, dass sie am Donnerstag hier zum Testen kommen dürfen und in die Halle rein. Natürlich will ich mich mit niemand anlegen und auch niemand an der Nase rumführen. Aber es kotzt mich an, damit wir hier nicht ernst genommen werden und damit so oberflächig gearbeitet wird, dass hier sinnvolle Lösungen nicht mehr möglich sind in diesem Land und sich jeder nur noch hinter Paragraphen versteckt und sagt, dieser Paragraph lässt nichts zu, muss die nächste Instanz machen, die nächste, die nächste. Dass wir Wochen und Monate einbüßen, obwohl die Erkenntnisse auf dem Tisch liegen. Hier sind sie alle drei. Überall steht hier drin, dass es geht. Und niemand hat den Arsch in der Hose zu sagen, wir machen es. Niemand. Wir sitzen hier alleine da. Unsere Zuschauer, unsere Fans sitzen alleine da. Die Sponsoren, die bezahlen ohne Gegenleistung das ganze Jahr. Die dürften normalerweise Riedereien. Die werden auch jetzt nicht mohren. Die werden genauso verarscht. Jeder wird verarscht. Und nochmal, wir nehmen das Virus sauernst. Sauernst. Wir haben ein hartes Hygienekonzept. Wir haben alle Jungs impfen lassen. Die lagen zwei Tage in der Koja, haben sich danach aufgerafft und Magdeburg weggehauen. Wir machen Vorbeugung ohne Ende. Hier geht es nicht mehr um Sicherheit. Hier geht es einfach nur darum, dass wir es verlernt haben, pragmatische, sinnvolle Lösungen gemeinsam hinzukriegen, um mal an einer Timeline zu arbeiten, die einen Erfolg ermöglicht. Sondern uns verstecken hinter Paragraphen, hinter beschriftetem Papier und hinter irgendwelchem Mist. Und jetzt wieder am Donnerstag hier wahrscheinlich alleine in der Halle hocken. Und das ist deprimierend und es regt mich auf ohne Ende. Weil es die Menschen draußen nicht verdient haben, weil es aber auch die Jungs nicht verdient haben. Und ich hoffe einfach nur, dass wir mit einem geilen Spiel am Donnerstag wieder mal ein super Signal setzen und vielleicht dann am nächsten Donnerstag gegen Kiel auch mal schriftlich bestätigt klappt. Und wir nicht hier mit einer Guerilla-Aktion einfach aufmachen müssen, weil wir sagen, den Paragraphen, den interpretieren wir so und so. Weil es jemand anders vergessen hat, einfach mal drüber nachzudenken, was hier drin noch alles stattfindet. Oder gedacht hat, wenn die Fußball-Bundesliga egal ist, da brauchen wir uns um Sport nicht mehr kümmern. Nee, es gibt viel mehr Sport in diesem Land. Und es gibt Leute, denen hängt das Herzblut dran und da nehme ich unsere ganze Geschäftsstelle und den ganzen Verein mit rein. Die sind wichtige Vorbilder. Das ist wichtig, dass hier die Kids drin sind und zugucken. Es gibt aber auch Menschen, deren Existenz hängt hier dran. Ob hier jemand arbeitet, ob hier 1.000 oder 2.000 Zuschauer drin sind. Danke. Also nochmal, ob es Zuschauer gibt, eher nicht. Wir arbeiten auch weiter dran. Das musst du einfach mal raus, weil es einfach nur ernüchternd ist. Und nochmal, Marco oder ich kann hier am Donnerstag Volkslieder singen, da kann ich Eintrittskarten verkaufen. Wenn ich unter 50 bin, muss ich die Leute nicht mal testen lassen. Und weil die Jungs hier unten Handball spielen, darf ich sie geimpft, getestet oder wie auch immer anders nicht in die Halle lassen. Das ist krank. Gut, Fragen bitte. Du, nochmal, ich kann dir nur sagen, Paragraf 18 steht drin, unter einer Inzidenz von 100, da steht Kulturstätten, dürfen Konzertveranstaltungsorte, bla bla bla, Galerien, Bibliotheken, Kinos, Theater, Bühnen, Opernhäuser, Musiktheater und ähnliche Einrichtungen für Publikum öffnen. Unter 50 können sie sogar öffnen, ohne Testen vorher. So, also, nochmal, ich kann am Donnersag hier drin singen und kann im Nachprogramm oder als Vorband unsere Jungs spielen lassen. Ja, aber das mache ich natürlich nicht, weil die sind der Hauptakt und die haben so verdient, der Hauptakt zu sein. Darum geht es hier, dass wir hier Handball spielen. Und es ist scheißegal, ob ich im Kino spiele oder hier. Wenn wir ein Konzept haben, wo drinsteht, dass wir die Leute sicher rein und raus kriegen, dass hier nichts passieren kann. Null, Komma, nichts. Aber wir sind hier einfach scheißegal. Und ist Parteiproporz wichtiger oder die nächste Sicherheitsstufe oder ja, niemand will dafür das verantworten. Und wir sagen, jawohl, der hat Recht, machen wir so. Und nicht, da geht es nicht um mich. Ich halte es auch noch ein Spiel aus. Da geht es einfach darum, dass hier Perspektiven genommen werden. Für ganz viele Menschen, die es mehr als verdient haben. Die 14 Monate jetzt einzahlen, ohne was zu kriegen. Die einen Gürtel enger geschnallt haben. Die weniger in der Tasche haben. Die teilweise keine Arbeit mehr haben. Und so weiter und so fort. Darum geht es. Ich werde nicht mit dem Finger auf Einzelne zeigen, weil das ein grundsätzlicher Systemfehler hier ist. Und nicht an Einzelpersonen scheitert. Also hier hat sicher niemand persönlich was gegen uns. Aber wir haben uns hier ein System auferlegt. Von Paragrafen. Von Zuständigkeiten. Von Verantwortung. Von Angst vor Entscheidungen. Von ich bewege mich weg. Von Vernunft und Wissenschaft. Hinzu. Ich beuge mich dem Druck oder der Angst vor irgendwas anderem. Dass es jetzt unfair wäre, auf Einzelne zu zeigen. Weil, glaube ich, jeder Einzelne will. Aber das System das einfach gerade nicht zulässt. Weil auch der Kontakt und der Austausch zu den Fachleuten seit einem halben Jahr kaum noch gegeben ist. Also wir wären nicht mehr gefragt. Bis November wurden wir mal gefragt. Pass auf. Wenn wir das ordentlich auslegen, haben wir dann die und die mit drin oder die und die nicht. Hätten wir nämlich mal sagen können. Leute, was ist denn hier mit der Sportveranstaltung? Was ist da anders? Das fällt ihnen dann im Nachgang auf. Und man denkt, was ist hier los? Und man kriegt es auch nicht geändert. Das wäre völlig unfair, auf Einzelne zu zeigen. Ich glaube, dass es nicht an den einzelnen Personen scheitert. Sondern, dass wir hier grundsätzlich unser System hinterfragen müssen. Und auch wirklich mal den Mut hinterfragen müssen, Entscheidungen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und nicht, wenn einer mal eine falsche trifft, gleich mit dem Finger drauf zu zeigen. Und da hängen wir alle gemeinsam mit drin. So selbstkritisch müssen wir auch bloß sein. Dass Dinge wieder möglich wären. Und zum finanziellen Fakt ist, es wurden eine Million öffentliche Mittel dafür aufgewendet. Für diese Studie. Die waren sehr sinnvoll investiert. Man hat nur jetzt, wie gesagt, das letzte halbe Jahr null draus gemacht. Weil man die Ergebnisse auch jetzt wieder komplett ignoriert. Und unseren finanziellen Aufwand, den kann ich nicht beziffern. Weil der A nie gemessen wurde. Ich kann nur sagen, seit einem Dreivierteljahr arbeiten wir an dem Thema mit. Mit allen Leuten, die wir haben bei uns in der Geschäftsstelle, in der Mannschaft. Und überall anders. Die Arena, die schließt nur für uns die Türen auf. Da rattert jeden Tag in hoher Betrag durch an alleine Betriebskosten. Weil wir an eine Lösung glauben. Weil wir aktiv an einer Lösung mitarbeiten wollen. Und das ist jetzt der Dank dafür. Hier sind einfach Fehler im System, die wir jetzt nicht auftröseln brauchen. Aber die das System für sich jetzt mal hinterfragen muss. Wenn am Ende sowas Schizophrenes dabei rauskommt, wie heute. Darum geht es mir. Um mal aufzurütteln und zu fragen, was machen wir hier eigentlich? Macht es Sinn, irgendwas immer nur weiter zu schreiben? Oder müssen wir mal sagen, mal stopp. Wir haben jetzt eine neue Situation. Die lösen wir jetzt mal wieder konstruktiv miteinander. Und nicht, ich habe hier ein paar Grafen. Und an denen muss ich mich halten. Und der nächste auch. Und ich reiche es weiter. Und dann kommt die Mail erst fünf Tage später an. Und eine Woche später kommt die Post erst. Und das führt auch zu diesem ganzen Mist. Weil wir nicht mehr lösungsorientiert das anpacken. Sondern uns selbst schützen vor Fehlern. Und das ist nur menschlich. Aber das bringt uns halt keinen Schritt weiter. Und das verhindert hier gerade eine Entwicklung, die einfach nur extrem bitter ist. Und eine Situation führt nochmal, dass ich hier unten vor tausend Mann mein Gequatsche zum Besten geben kann. Aber eben nicht die Jungs das zeigen dürfen, was sie drauf haben. Nämlich geilen Handball zu spielen. Dann haben wir es. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Versucht was draus zu machen. Im Sinne der Sache. Aber bitte, und das ist vielleicht jetzt nicht ganz fair gewesen von mir, dieses Thema so bedeutend zu machen. Weil wir haben am Donnerstag ein saubichtiges Spiel, was wir unbedingt gewinnen wollen. Und das wird den Jungs gerecht, wenn wir uns auch darauf mit konzentrieren. Und auch darauf voll den Fokus legen. Bin mir sicher, dass die Jungs machen werden, um auch für uns selber den nächsten Schritt zu machen. Und wenn wir den beim Publikum noch nicht hinkriegen, dann wollen wir auf alle Fälle umso mehr sportlich machen. Und da werden wir jetzt alles dafür in der Waagschale werfen. Schönen Dank. Und euch allen noch einen schönen Tag. Wir halten euch auf dem Laufenden.